Hey, hier sitzt meine Freundin Leonie. Hopp, hopp. Melissa, ich bin's. Leonie, Alter. Seit wann hast du blonde Haare, Alter? Also mein Freund mag so blonde Haare und deswegen habe ich jetzt meine Haare gefärbt. Wo ist hier so diese Dinger und diese Schminke? Er mag halt so natürliche Frauen, deswegen werde ich mich jetzt so richtig wenig schminken. Und Botox und so, da habe ich auch alles entfernt. Was ist Botox, Bruder? Das ist so ein Zeug, ist richtig teuer, machen Frauen so ein Gesicht und so. Wo habt ihr euch kennengelernt? Wie lange kennt ihr euch überhaupt? Ja, also wir haben uns über Instagram kennengelernt, dann wollte er ein paar Fotos von mir haben. Ich habe ihm so ein paar Selfies geschickt. Der meinte so, ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Aber dann meinte er, ich sehe hübsch aus und jetzt lernen wir uns kennen. Och, der ist so anders. Er meinte zu mir, wenn ich atme, ich sehe süß aus. Bist du dumm? Ach, Melissa. Oh mein Gott, weißt du, was so besonders an ihm ist? Er läuft einfach gerade. Was? Ja, er läuft so, so gerade. Bruder, er läuft auch gerade. Ich habe noch mein Hochzeitskleid ausgesucht. Ich habe noch einen Ehring ausgesucht. Bruder, ich habe Angst vor Frauen. Ich meine es ernst. Oh mein Gott, er hat geschrieben. Der hat geschrieben, wie geht es dir? Wie geht es mir? Schreib, mir geht es gut. Danke. Gut. Er so, was machst du? Oh, das mache ich gerade. Hast du vielleicht irgendwie ein Foto von dem? Ja, hier. Also der ist echt hässlich. Nein, er sieht wirklich im Realen besser aus.